Nein, dazu kann man ganz klar sagen, das ist eine sehr gute Frage, aber wir haben ja hier Schutzmaßnahmen eingerichtet, so dass wir auch Covid-Patienten betreuen. Das zeigen wir nachher auch in einem kurzen Video, wie der Kreislauf sieht, den wir dafür vorbereitet haben. Und dort werden alle Maßnahmen so eingerichtet, dass sie, auch wenn sie Covid-positiv, bei uns entbinden können. Wichtig ist, dass sie an die Hygieneregeln sich halten und natürlich auch der Lieblingsmensch, der sie während der Geburt begleiten sollte, damit nicht irgendwelche Einschränkungen sind, weil sie oder ihr Lieblingsmensch Covid-positiv ist. Deshalb schön immer Mund-Nasen-Bedeckung tragen, Abstandsregelungen halten und immer regelmäßig die Hände waschen.